Daten sind digitales Gold im digitalen Zeitalter. Mit Daten verdienen sie alle Geld. Ich weiß nicht genau wie, aber alle werden reich damit. Facebook, Google, Amazon, ICQ, diese ganzen amerikanischen Konzerne. Und wie wir alle wissen, wie wir alle wissen hier in Deutschland, kann man diesen amerikanischen Firmen, diesen Ausländern nicht vertrauen. Doch zum Glück haben wir auch in Deutschland einen grundsoliden, einen deutschen Qualitätsdatensammler, die Schufa. Der Schufa kann man vertrauen, sagt sie zumindest selber auf ihrer Website. Immer und immer wieder. Vertrauen, 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 Vertrauen. Oder hier. Wie entsteht eigentlich Vertrauen? Kann man Vertrauen designen? Kann man Vertrauen konstruieren? Kann man Vertrauen berechnen? Kann man Vertrauen rauchen? Kann man Vertrauen mit Käse überbacken? Kann man, kann man Vertrauen zu oft sagen? Und vor allen Dingen kann man Vertrauen vertrauen? Kluge Fragen, die nach dummen Antworten schreien. Ein Fall für die Neo Magazin Royale Telelupe. Die Schufa. Die einen wissen nicht, was das ist, die anderen vertrauen einfach der Schufa. Die Schufa sagt auf ihrer Homepage, hey du, wir wollen nicht deine Daten, wir wollen viel mehr, wir wollen dein Herz und dein Vertrauen. Es gibt viele Arten von Vertrauen. Oft muss man es sich hart erarbeiten, manchmal unter Beweis stellen oder sogar wieder gewinnen. Es gibt aber auch Fälle, in denen bekommt man Vertrauen einfach geschenkt. Die vertrauenswürdige Schufa möchte, dass ich ihr Vertrauen schenke? Ich meine, warum nicht? Denn wenn ich lese, was die Schufa über sich selbst auf ihrer Website schreibt, da fühle ich mich doch, da fühle ich mich doch geborgen, vertrauensvoll behütet, wie so ein Neugeborenes. Als mir die Hebamme meinen Sohn Anton in die Arme legte und ich ihm in die Augen schaute, war mir schlagartig klar, der kleine Mann vertraut mir bedingungslos. Ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Aber mir war auch bewusst, dieses blind geschenkte Vertrauen darf ich niemals enttäuschen. Ganz kurz, ich habe mir vor lauter Vertrauen aus Versehen in die Hose gemacht, aber Vertrauen, 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 Vertrauen. Wir sollen an Vertrauen denken, wenn wir das Wort Schufa hören. Das sagt die Website. Auch der vertrauenswürdige Schufa-Chef Michael Freitag nutzt das Wort Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen bei jeder Gelegenheit. Die Menschen, ob privat oder beruflich, erkennen, dass die kostbare Währung Vertrauen in der digitalen Welt für sie essentiell ist. Sie brauchen ein Fels in der Brandung. Ein Lotsen, der ihnen beim Daten- und Risikomanagement zur Seite steht. Ein vertrauenswürdiger Lotsenfels in der digitalen Vertrauensbrandung. Schufa, übrigens meine Damen und Herren, heißt nicht etwa Schunkelfasching oder Schutzfaschisten, sondern Schufa kommt von Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Momentchen mal. Momentchen mal. Wie sehr kann ich einem Unternehmen vertrauen, das noch nicht mal seinen eigenen Namen richtig abkürzen kann? Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das müsste doch eigentlich Schufa heißen. Schufa, Schufa. Aber was genau bedeutet das, Schutzgemeinschaft? Wen schützt die Schufa? Wie verdient die Schufa ihr Geld, beziehungsweise unser Geld? Und ist die Schufa eigentlich eine Behörde oder ein Unternehmen? Ich meine, gibt es irgendjemanden in Deutschlands Fußgängerzonen, der das weiß? Hallo? Das weiß ich nicht. Ist das eine staatliche und Unternehmen oder eine private? Ist das ein staatliches Unternehmen? Privatunternehmen doch wohl kaum, ne? Kann doch nicht sein. Denn die haben doch wohl nicht das Recht, sowas zu überprüfen. Ja, da guckt der WDR-Zuschauer verdutzt aus seiner Jack-Wolfskin-Jacke. Und seine Pflegerin auch. Was ist die Schufa? Was ist die Schufa? Fragen wir doch mal einen Experten. Thilo Weichert, der war elf Jahre lang Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Herr Weichert, was ist die Schufa? Die Schufa ist ein Privatunternehmen, was Geld verdienen möchte. Und das Vertrauen ist schon allein dadurch erstmal eingeschränkt. Und leider ist die Erfahrung von mir über die vielen Jahrzehnte, die ich mit der Schufa eben zu tun hatte, dass eben dieses Vertrauen oft absolut unberechtigt ist. Was? Wie bitte? Den Vertrauensexperten der Vertrauensschutzstaffel Schufa kann man nicht vertrauen? Das steht doch auf ihrer Website. Und das wäre außerdem auch ziemlich doof, wenn man denen nicht vertrauen kann, weil... Als führender Lösungsanbieter von Auskunft, Thai und Informationsdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher verfügen wir über Daten zu 67,7 Millionen natürlichen Personen und sechs Millionen Unternehmen. 67... Nach eigener Aussage verfügt die Schufa über Daten zu sechs Millionen Unternehmen und 67,7 Millionen natürlichen Personen und natürlich zwei übernatürlichen Personen. 67,7 Millionen Datensätze. 67,7 Millionen Datensätze. Das ist eine ganz schöne Menge. Zum Vergleich, der super Datenbösewicht Facebook hat in Deutschland nicht einmal die Hälfte und weiß auch nur unwichtige Sachen über uns. Worauf wir beim Sex stehen, mit wem wir nachts um drei chatten oder wo wir uns gerade aufhalten mit GPS-Koordinaten. Die Schufa hingegen weiß, was das alles kostet. Die Schufa weiß vermutlich über jeden von uns, von Ihnen, von mir, alles oder etwas zumindest und bewertet uns. Je kreditwürdiger die Schufa mich findet zum Beispiel, desto höher ist mein Punktestand. Mein Schufa-Score. Hier. Und umso beliebter bin ich bei den Banken dann. Ein hoher Score da oben, über 97,5 Prozent heißt, sehr geringes Risiko für Banken, kann man gerne Geld leihen, top eBay, gerne wieder drei Sterne. Toll, knick, knack. Score unter 90 Prozent. Reicht schon aus, damit die Schufa sagt, schon mal Koffer packen fürs Sommerhaus der Stars. Du kannst dir mit 50.000 Euro keinen Charakter kaufen. Du kannst mir 50.000 Euro keine Bürde kaufen, keine Ehre. Das kann man nicht kaufen. Das muss man sich verdienen, Willi. Kannst du das vor allem nicht kaufen, wenn die Schufa sagt, nee, das geht leider nicht. Wie funktioniert dieser Schufa-Score genau? Wie funktioniert das? Zum Glück erklärt uns das die vertrauenswürdige Schufa persönlich in einem selbsterklärenden Selbsterklärvideo auf ihrer eigenen Website. Die Schufa erklärt Scoring. Das ist Felix. Er möchte für seine Familie und sich ein Haus kaufen. Dafür geht er zu einem Bankberater und fragt nach einem Kredit. Um den Kredit vergeben zu können, muss der Bankberater Felix Bonität prüfen. Über 9.000 Firmen arbeiten mit der Schufa zusammen, unter anderem diese hier zum Beispiel. Mit diesen Firmen hat die Schufa ungeschützten Datenverkehr und der Felix aus dem tollen Erklärvideo mit der Supermusik muss tatenlos zusehen. Und am Ende bewertet die Schufa auch noch den armen Felix. Ist der Felix jetzt ein Kreditwert oder nur Verachtung? Liebe Banker unter uns, wir wissen natürlich in den meisten Fällen beides. Die Schufa ist übrigens eine privatwirtschaftliche Aktiengesellschaft und gehört zum Großteil den Unternehmen, die der Schufa Daten liefern, damit sie von der Schufa ein Scoring zurückbekommen. Also quasi der ewige Kreis des Vertrauens. Das alles wird bei dir gehören Simba, das alles. Wenn die Schufa das möchte. Aber weißt du auch Simba, wie die Schufa Vertrauen berechnet? Ich ehrlich gesagt auch nicht meine Damen und Herren. Also schauen wir uns noch mal das Erklärvideo von der Schufa Seite an. Die Schufa speichert Informationen über das bisherige Zahlungsverhalten von Felix und erstellt daraus einen Score-Wert. Diese Daten stellt die Schufa mit Hilfe eines etablierten und geprüften Rechenmodells den Daten anderer Kreditnehmer gegenüber und zwar Hunderttausenden. Aufgrund der umfangreichen Datenbasis der Schufa sind die Scores sehr präzise berechnet. Hm, klingt vertrauenserweckend in diesem Video, könnte aber jetzt weniger am Inhalt liegen als vielmehr an der Musik. Also mit der Musik im Hintergrund ist irgendwie da klingt einfach alles vertrauenserweckend. Klingt alles irgendwie, können wir das ganz kurz, macht mal die Musik bitte an. Nein, ich habe keine geheime Zweitfamilie mit meiner eigenen Enkeltochter gezeugt und die ist auch nicht seit achteinhalb Jahren in einem versteckten Keller unter meinem Haus eingesperrt. Und das Klopfen und das Schreien hinter der dicken Stahltür ist meine Kaffeemaschine, die war frech. Es ist alles in Ordnung hier. Es gibt überhaupt nichts zu sehen, was Ihnen Sorgen machen sollte. Vertrauen Sie mir. Funktioniert, funktioniert total super. Der Schufa kann man vertrauen, meine Damen und Herren. Kein Wunder, das Scoring der Schufa ist schließlich sehr, sehr genau. Da kann absolut nichts schiefgehen. Verwechslungen ausgeschlossen. Oft gibt es Verwechslung, Personenverwechslung. Oft sind Daten einfach nicht eingemeldet worden, die im positiven Sinn für die Leute zu bewerten sind. Oft sind auch falsche Daten einfach gespeichert, eingemeldet worden. Die Schufa hat ja keinen direkten Kontakt mit den Leuten, sondern immer nur indirekt dann über Banken oder über andere Unternehmen. Wie bitte die vertrauenswürdige Schufa macht Fehler? Was glaube ich erst, wenn Frontal 21 mir das beweist. Die Berlinerin Christiane Braun zahlt ihre Rechnungen pünktlich, hat keine Schulden. Sie besitzt lediglich eine Kreditkarte und ein Girokonto. Doch nach einigen Jahren kündigt ihr die Bank plötzlich beides, ohne Angaben von Gründen. Christiane Braun sucht nach einer Alternative, doch sie wird überall abgelehnt. Schließlich verrät ihr eine Sparkassenmitarbeiterin den Grund. Ihre Schufa-Auskunft sei zu schlecht. Ja, da wird Christiane Braun wahrscheinlich einfach ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Was soll denn sonst passiert sein? Er hat gesagt, sehen Sie, hier ist der Grund, warum man Ihnen gekündigt hat und warum Sie online kein Bankkonto kriegen. Dann stand da ein Wackenzeichen mit dem Merkmal Haftbefehl. Wie bitte Haftbefehl? Die Schufa speichert, wenn die Polizei einen sucht, wenn es ein Haftbefehl gibt? Was hat Christiane Braun dann, was hat die denn angestellt? Er stellt sich heraus, der Haftbefehl betrifft jemand anderen. Die Schufa hat sie offensichtlich verwechselt. Warum? Das ist nicht nachvollziehbar. Ich habe nochmal nachgeschaut in den Unterlagen und der Name ist nicht so, dass man ihn verwechseln könnte. Andere Merkmale, die vielleicht durcheinander gekommen sein könnten? Da war auch nichts. Also es ist nicht zu erkennen, warum da was verwechselt worden ist. Christiane Braun ist also kein mit Haftbefehl gesuchtes Mitglied des Abou-Chaka-Clans. Arafat Abou-Chaka, Rommel Abou-Chaka, Christiane Braun Abou-Chaka. Sondern Christiane Braun ist einfach bloß... Das ist ein ziemlich geiler Track des bislang völlig zu Unrecht komplett unbekannten Hip-Hop-Sängers. Donny, römisch 5 würde ich jetzt mal sagen. Donny oder V oder Donny V. Das V steht für Vertrauen. Wie geht der Song weiter? Ich schreib mal mit. Du bist ein Schufa-Opfer, Opfer, Opfer. Schufa, Schufa. Opfer, Opfer. Du bist ein Schuh, 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 Schufa, Opfer. Hey Schufa, ganz schön zerflext worden von Donny V hier. Was geht da ab bei euch? Was ist euer Response? Gib uns ein Verbraucher einen Hinweis, dass Daten unvollständig oder nicht korrekt sind, dann klären wir dies in Rücksprache mit dem meldenden Unternehmen. Ist eine gespeicherte Information unzutreffend, korrigieren wir sie so schnell wie möglich. Ja, so, so. Aber so ein Fall wie der von Christiane Braun, das wird doch sicherlich nur ein Einzelfall sein. Oder es kommt doch nicht so oft vor. Oder Schufa? Frau erhält unverschuldet schlechte Schufa-Bewertungen. Schlamperei bei der Schufa. Im Schufa-Netz gefangen. Schufa erklärt Mann für tot. Daraufhin werden seine Konten gesperrt. Schufa erklärt Mann für tot. Machen das sich normalerweise Ärzte oder wenigstens die Bild-Zeitung? Die Schufa, meine Damen und Herren, arbeitet intransparent, aber ist praktisch Monopolist und kann darum eigentlich machen, was sie will. Das ist das Problem. Meine Erfahrung mit der Schufa war, dass man versucht, immer bis an die Grenze des gerade noch Zulässigen zu gehen. Und niemand kann der vertrauenswürdigen Schufa entkommen. Wir können die Schufa zwar bitten, dass sie unsere Daten löscht, das geht inzwischen, ist aber sehr, sehr aufwendig. Und dann gibt es eben kein Girokonto, keinen Kredit, keine Mietwohnung und auch keinen Handyvertrag mehr. Na gut, aber ich meine, wer braucht schon ein Girokonto, wenn er einen großen Tisch hat? Ich bin heute extrem happy, weil ich meine neue Richard-Will-Uhr habe. Welche Uhr oder was überhaupt hättest du denn gerne? Schreib's mir in die Kommentare. Danke, mein Prinz. Gutes Stichwort. Ich hätte gerne mal zum Beispiel eine Schufa-Auskunft von der Schufa. Ey Schufa, wie funktioniert eigentlich euer Scoring zum Beispiel? Ganz genau. In den meisten anderen Ländern der Welt legen Vereine wie die Schufa nämlich ihre Scoring-Formeln offen. Transparent. Transparenz. Weil nicht behämmerte Erklärvideos, sondern Transparenz schafft echtes Vertrauen. Aber die Schufa in Deutschland verrät nichts. Wie die Schufa den Score berechnet, das bleibt Betriebsgeheimnis. Höchstrichterlich bestätigt sogar. Auch der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 28.01.2014 bestätigt, dass eine Offenlegung gegenüber der Allgemeinheit nicht verlangt werden kann. Doch, doch Bundesgerichtshof. Das sollte man im Jahr 2019 in Zeiten von Datenkraken wie Facebook und Google schon verlangen können. Zumal von einem soliden deutschen Unternehmen wie der Schufa. Ich halte das für verfassungswidrig. Meines Erachtens muss der Betroffene genau nachvollziehen können, wie ein solcher Score zustande kommt. Vertrauen, 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 Vertrauen. Es bleibt uns also nichts als Vertrauen auf die Schufa und die einzige Person, die angeblich wirklich ganz genau mal geprüft hat, was die Schufa eigentlich macht. Die zuständige Aufsicht der hessische Datenschutzbeauftragte hat vollständige Kenntnis über das verwendete Score-Verfahren. Aha, nicht nur Vertrauen. Es gibt jemand, der weiß Bescheid. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat das Verfahren der Schufa dermatologisch geprüft, zusammen mit dem Nutella-Institut Dr. Fresenius. Der hessische Datenschutzbeauftragte ist der Auserwählte. Ein besonders vertrauenswürdiger Mann. Er heißt Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, das ist er. Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, ein Mann, der erstaunlicherweise genauso aussieht, wie er heißt. Und der mit Leidenschaft dabei ist, mit Leidenschaft kämpft für Datenschutz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Jahresbericht zum Datenschutz ist so prickelnd wie abgestandenes Cola. Kein Grund zur Sorge. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat alles unter Kontrolle. Der kontrolliert die Schufa mit der Power von abgestandenes Cola. Aber ich meine auch Datenschutz, Herrgott, Herr Doktor, Professor, Herr Professor Doktor, Sie haben ja recht. Damit sollten wir Privatleute uns wirklich nicht unnötig verrückt machen. Privat geht man leichtfertig mit um. Man setzt die Kenntnisse doch nicht so um, wie man es eigentlich hätte. Sonst wird man zum Neurotiker. Ja, wenn man es übertreibt mit dem Datenschutz, dann wird man neurotischer. Da kann man schon neurotisch werden. Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch ist der einzige offizielle Kontrolleur der Schufa. Aber auch er weiß nicht so wirklich, was die Schufa genau macht. Denn alles, was er über die Betriebsgeheimnisse der Schufa weiß, hat er aus einem Gutachten, das die Schufa selbst in Auftrag gegeben hat. Der Kreis, der ewige Kreis des Vertrauens. Martin Röckner, The Circle of Trust, The Circle, The Circle of Trust. Du hast recht, Simba. Der hessische Datenschutzbeauftragte könnte auch ein eigenes Gutachten über die Schufa in Auftrag geben. Aber Vertrauen, Vertrauen, das ist doch so viel schöner und billiger und macht nicht so viel Arbeit. Das heißt, die Sorgen bleiben die immer. Ha, Schufa Matada. Ganz kurze Vertrauensfrage zwischendrin. Seit 1927 gibt es die Schufa. Was hat die Schufa eigentlich zur Nazi-Zeit gemacht? Wie die Berliner Börsenzeitung mitteilt, hat die Schufa Berlin 1935 bereits 2,6 Millionen Karten im Archiv. Über die weitere Entwicklung der Schufa und den Zeitraum bis zum Neubeginn 1948 gibt es kaum noch Unterlagen. Ach, kaum noch Unterlagen aufzutreiben. Das ist natürlich blöd bei einem Unternehmen, dessen Kerngeschäft das Aufbewahren von Unterlagen ist. Aber ich mein, ich mein, was soll schon passiert sein zwischen 1935 und 1948? Egal. Die Schufa, die Schufa weiß alles über uns. Die Schufa weiß alles über uns und wir wissen nichts über die Schufa. Wir können, nein, wir dürfen. Wir dürfen der Schufa vertrauen. Blind. Ich mein, was bleibt uns auch anderes übrig? Wie? Wie bitte? Das verstehen Sie nicht? Das sehen Sie nicht ein? Dann erklär ich Ihnen das nochmal. Das ist der Jan. Der kauft sich jede Woche eine neue Villa, hat ein fettes Bankkonto und aus Versehen vielleicht auch ein SPD-Parteibuch. Aber das ist eine andere Geschichte. Jan will wissen, wie die Schufa arbeitet. Welche Informationen bekommt die Schufa und von wem? Wie berechnet die Schufa ihre Kreditscores? Aber die Schufa sagt, das ist unser Betriebsgeheimnis, lieber Jan. Fick dich! Statt dem Jan seine Fragen zu beantworten, produziert die Schufa lieberputzige Animiervideos mit rechtefreier Klimpermusik. Eine Musik, zu der jeder Mumpitz klingt, wie die Wahrheit. Jetzt denkt der Jan, oh Backe, die Schufa ist ein unkontrolliertes Datenmonster und wird offensichtlich von einem Außerirdischen namens Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch gesteuert. Und bei der Schufa arbeiten gefährliche Hitlerklone, die sensible persönliche Daten auf hakenkreuzförmige USB-Sticks kopieren, um auf der Rückseite des Mondes geheime Nazi-Banken mit Informationen zu füttern. Mitbekommen würde es keiner. Kontrollieren könnte es niemand. Klingt wie eine total unseriöse, ausgedachte Quatschgeschichte. Aber bei dem, was der Jan jetzt über die Schufa gelernt hat und mit dieser Musik im Hintergrund, könnte sie auch stimmen. Was ist das? Warum ist das so? Steht das ein? Ist das richtig so? Die Neo Magazin Royal Telelupe. Die Jochen English Es ist die Mensch, die Check-nahme incorporateable Quali lleva mit dir im Lori grocery und verl Berlin der 플레이 von www.chein-bote.ettekinded.de